Hey, heute möchte ich mit dir über die Chancen des Social Media Marketings für dich als Finanzberater oder Versicherungsmarkter sprechen. Als Finanzberater hast du sicherlich einige Herausforderungen zu meistern, wenn es um Social Media geht. Deswegen hör jetzt genau zu. Einer dieser Hürden ist zum Beispiel oft, dass Finanzthemen einfach trockene und komplexe Themen sind, auf die nicht so viele Leute Lust haben. Heißt, du musst lernen, dieses anspruchsvolle Wissen in interessante Inhalte zu verwandeln, die für deine Zielgruppe auch attraktiv sind. Heißt, du konkurrierst natürlich auch auf der anderen Seite auf Social Media mit einer Vielzahl von anderen Branchen und Inhalten, weshalb es auch eine Herausforderung ist, deine Botschaft halt effektiv zu kommunizieren und natürlich aus der Masse herauszustechen. Und deswegen ist es wichtig, dass du Inhalte hast, die deine Zielgruppe interessiert. Doch trotz dieser Herausforderung bietet dir Social Media Marketing definitiv eine Fülle von Chancen und Vorteilen. Denn einer dieser bedeutenden Chancen besteht darin, deine Reichweite erheblich zu erweitern und eine breitere Zielgruppe anzusprechen. Heißt, du kannst ganz genau sagen, hey, ich möchte Leute haben für eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung, die sich bereits darüber interessiert haben, die kaufen wollen, die sich dann bei dir eintragen. Denn Social Media Plattformen haben Milliarden von Nutzern und viele davon können potenzielle Kunden für deine Dienstleistung sein. Denn durch Social Media kannst du auch eine persönliche Beziehung durch zu deinen Kunden nämlich aufbauen. Heißt, du kannst dich als Experte positionieren, indem du halt wertvolle Inhalte teilst, die ihre finanziellen Fragen und Bedenken ansprechen. Oder auch kriege ich eine BU, wann kriege ich eine BU nicht mehr halt als Beispiel, wenn wir dieses BU-Thema mal nehmen. Heißt, Kundenbindung und Vertrauen lassen sich dadurch deutlich verbessern. Heißt, schon mal hier an dieser Stelle zusammenfassend kann man festhalten, dass Social Media Marketing für Finanzberater eine großartige Chance bereithält, die es auf jeden Fall zu nutzen gilt. Denn indem du diese Chance nämlich durch eine starke Online-Präsenz untermauerst und deine Reichweite auch erhöhst, ist es einfach möglich, Kunden anzusprechen, die sonst niemals auf dich aufmerksam geworden werden, weil du nicht dort bist, wo die Zielgruppe tagtäglich ist. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass du vertrauenswürdig als Finanzexperte wahrgenommen wirst. Und deswegen sollen dir diese Informationen hier helfen, dass du das Ganze für dich als Finanzberater auch verbessern kannst und umsetzen kannst. Dann ist es nämlich das eine, sich professionell und hochwertig auf den Social Media Profilen aufzubauen. Das andere ist natürlich dann genau die Leute zu treffen, die sich auch im Gegenzug dafür interessieren. Und da kommen wir zurück zu dem, was ich am Anfang dieses Videos nämlich gesagt habe, dass Online-Marketing oder Social Media dir die Möglichkeit gibt, dass sich genau diese Personen bei dir eintragen, die sich dafür interessieren. Heißt, eben hatte ich das Beispiel mit dem Thema Berufsunfähigkeit. Wenn wir jetzt das Beispiel nehmen mit dem Thema Kinderabsicherung, dann könnte man mal überlegen, okay, für was interessieren sich so Leute, die Kinder haben? Das kann zum Beispiel so etwas sein, wenn man junge Eltern anspricht, dass das als Beispiel Pampas sind. Heißt, Leute, die sich für Pampas interessieren oder für Online-Shops vor Kinder. Und diese Menschen kann man online dann wiederum halt ansprechen. Und man kann auch sagen, hey, das sollen allgemein Menschen sein, die das Kriterium haben, Kinder zu haben in einem gewissen Alter, weil dann Menschen einfach etwas googeln in einem gewissen Bereich, sich Inhalte angucken in einem gewissen Bereich, oft sich mit anderen Mamis vernetzen oder Leute, die andere Kinder haben auf Social Media. Und das ist was total Cooles, was du für dich nutzen kannst, um genau diese Leute anzusprechen. Natürlich kannst du auch sagen, hey, ich will genau Leute, die sich für Tierkranken interessieren, die sich für Berufsunfähigkeit interessieren, die sich für Altersvorsorge interessieren, die sich im betrieblichen Bereich für Absicherung interessieren. Das ist alles möglich, wenn man weiß, wie es richtig funktioniert und wie man dieses Thema richtig für sich umsetzt und beherrscht. Denn dann ist Social Media und auch Online-Marketing für sich als Finanzberater nämlich eine enorme Chance. Und wenn du als Finanzberater erfahren willst, wie dieses Thema im Detail ausschaut, wie unsere Kunden das erfolgreich schon umgesetzt haben, dann schau dir gerne meine YouTube-Videos an im Talk mit Jill. Dort berichten bestehende Kunden aus der Zusammenarbeit, was sie bereits mit mir gemeinsam aufbauen konnten, was sie durch meine Erfolge eingefahren haben und wie du das für dich als Finanzberater erfolgreich umsetzen kannst. Deswegen, wenn du noch nicht mit dabei bist, trag dich gerne bei uns ein für dein kostenfreies Erstgespräch. Und mein Team und ich sagen dir dann ganz genau, können wir dir dabei helfen oder können wir dir nicht dabei helfen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du unser nächster Kunde bist, der sehr erfolgreich mit uns ist. Deswegen wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg und freue mich darauf, dich bald persönlich kennenzulernen.